Servus Monster Hunter Freunde, wir schauen uns heute die neuen Event Quests an, die am 25.05. reingekommen sind, welche Belohnungen die geben und wie lange sie aktiv sind. Als allererstes, ihr seht, die Kurve Tarot Belagerung ist wieder aktiv geschalten, oben in der Versammlungsstätte könnt ihr abschließen und wieder die Reliktwaffen farmen. Das Ganze geht jetzt hier eine Woche, der letzte Tag ist der 31.05., dann verschwindet wieder die Belagerung. Machen wir weiter mit den Event Quests, diese Woche sind richtig viele aktiv geschalten, insgesamt 5 Stück, die seht ihr auch hier. Die erste Quest heißt 8 Leben zu wenig, ist eine 4 Sterne Quest, Spezial Arena, müssen gegen 2 Monster kämpfen, Kuloyaku, Titsuyaku. Diese Quest gibt jetzt keine besondere Belohnung, außer eben die Monstermaterialien. Dann haben wir hier die Vielfraßgrüße, ist ebenfalls eine 4 Sterne Quest, auch in der Spezial Arena und wir müssen hier gegen 3 Monster kämpfen. Und die Quest ist wirklich cool, denn hier bekommen wir Essensgutscheine für die Kantine raus und ja, ist nie schlecht, wenn man ein paar auf Tasche hat, denn mit diesem Gutschein aktiviert man natürlich alle Bonifähigkeiten von der Kantine und ist natürlich ganz nett, dann ist der Hand ein bisschen leichter. Dann haben wir noch kurz vor Sonnenaufgang, ist eine 6 Sterne Quest, jähriger Rang 11 oder höher wird benötigt. Ja und wir müssen eben den Magdoros umleiten, man kennt die Quest auch ganz normal, die taucht ja immer hin und wieder mal auf. Ja und die Quest ist wie gesagt die ganze Woche jetzt aktiv und hier könnt ihr eben gerade ein bisschen schneller dann den Magdoros handen, falls ihr von ihm noch Material oder den Edelstein benötigt. Als nächstes gibt es den Wildturm Bolero, ist eine 7 Sterne Quest, müssen gegen 5 Monster kämpfen, ist eine Großwildjagd, wie gesagt in der Wildturm Ödnis und ja, hier ist die Krone oder hier ist die Chance auf Goldkronen erhöht, kleine und große und wer jetzt eben noch Goldkronen benötigt, sollte diese Quest abschließen oder hin und wieder mal wachen mit etwas Glück, bekommt ihr hier dann eben schneller die Goldkronen für euer Monster. Zu guter Letzt haben wir noch eine neue Event Quest, soweit ich weiß, ich bin mir da nicht 100% sicher, so starten Aufstände, ist eine 7 Sterne Quest. Wir müssen hier gegen beide Diablos kämpfen, in der Wildturm Ödnis, gegen weiß und oder gegen den normalen Diablos und gegen den schwarzen Diablos. Ich habe die Quest abgeschlossen, am Schluss habe ich jetzt nicht wirklich gutes Zeug rausbekommen, außer eben das Material von den zwei Monstern. Die Quest ist jetzt auch nicht so einfach mit beiden zusammen, natürlich haben die auch weniger Leben, wenn zwei Monster auf der Karte sind, Basel war aber auch noch dabei und hat auch ein bisschen abgefuckt. Alle Event Quests sind natürlich nur eine Woche aktiv geschalten, heißt der letzte Tag für die Quest ist der 31.05. Danach sind sie nämlich weg. Schauen wir uns ganz kurz noch die Arena Quests an, da gibt es nämlich auch zwei Stück, die diese Woche reingekommen sind. Und zwar unter Herausforderungen gibt es hier die Sturm und Fang Tötungs Quest 3, die ist diese Woche reingekommen. Wir müssen gegen einen Orogaron kämpfen und auch gegen die Ligiana. Insgesamt geht das jetzt hier zwei Wochen, ihr seht, läuft in zwölf Tagen ab. Belohnung gibt es natürlich hier nicht, ist einfach für die Rangliste, wenn ihr da euren Namen drin haben wollt. Dann gibt es ebenfalls noch eine Quest und das ist nämlich die hier, Herausforderung 2 Anfänger. Das ist eine Vier-Sterne-Quest, wir müssen gegen hier, ja, gegen zwei Monster kämpfen. Und ja, ist ebenfalls wieder einfach für die Rangliste, wenn ihr da drin sein wollt, könnt ihr es machen. Läuft auch zwölf Tage und danach ist die Quest wieder weg. Zu guter Letzt haben wir noch den neuen befristeten Beutezug. Schauen wir uns das Ganze kurz an, was wir hier erledigen müssen, um den zu kriegen. Ganz hinten haben wir die befristeten, wir müssen hier den Juratodos töten, den Fisch. In der Wildturm-Ödnis insgesamt dreimal, dann habt ihr schon das Gutachten abgeschlossen. Dann müssen wir in der Wildturm-Ödnis vier Quests abschließen, unter hochrangig. Aber es gibt ja diese Woche, wie gesagt, genug Event-Quests und so bekommt ihr das relativ schnell zusammen. Dann gibt es noch ein Gutachten, Drachenälteste töten insgesamt fünf Stück. Und dann habt ihr alle drei abgeschlossen und am Top gibt es eben dann den befristeten Beutezug. Und so könnt ihr euch dann wieder ein Edelstein-Nachwahl aussuchen. Das war es jetzt hier soweit. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen Einblick geben, was diese Woche aktiv geschalten ist. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinen Kanal vorbeischauen. Ich würde mich über ein Like freuen. Viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.